Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier im Geek Talk Daily, dem täglichen News-Podcast vom Geek Talk-Format. Die heutigen Themen sind Plex-Plugin für Kodi, ein Schock, haltet euch fest, Fitbit hat Pebble gekauft, Amazon-Versand wird teurer, OK Google, Product Red und Hour of Code. Beginnen wir gleich mal bei den ganzen Streaming-Geschichten. Oder besser gesagt, bei Media-Sender. Wer sich selber da was bastelt, egal mit irgendwelchen Rechnern oder Raspberry Pi und was auch immer, hat da grundsätzlich vor allem zwei grosse Möglichkeiten. Seine ist Plex, das andere ist Kodi. Beide haben seine Vor- und Nachteile. Plex ist einfacher, Kodi kann dafür mehr. Und ja, Mittelwillen, Kodi kann ja schon lange Plex-Bibliotheken lesen. Das Schöne daran ist, jetzt gibt es ein Plex-Plugin für Kodi. Heisst, wenn ihr einen Plex-Server habt, trotzdem auf Kodi setzt, könnt ihr jetzt das Ganze auch auslesen und damit da schöner drauf zugreifen, sprich auf die volle Funktion drauf zugreifen. Der Schock, wie vorher angekündigt. Ja, Fitbit, ein Kickstarter-Projekt, was einmal online ging und für Furore sorgte und auch unter den Geeks und Nerds ein sehr, sehr, sehr grosses Ansehen hat. Also die Smartwatch von Pebble sind sehr beliebt unter den Nerds und unter den Geeks. Nicht nur da, sondern auch weiter. Und ja, für 40 Millionen ging das Ganze jetzt anscheinend weg. Heftig, wenn man bedenkt, dass vor circa einem Jahr, glaube ich, waren es noch irgendwie was um die 700 Millionen. Und vor circa einem halben Jahr war es von Intel noch 70 Millionen. Ging richtig runter, richtig unschön, weil ja, eigentlich hätten sie es ja in der Hand gehabt. Aber ja, Fitbit hat zugeschlagen. Kunden von Amazon, die auf den Prime setzen, wissen ja seit ein, zwei Wochen, das Ganze wird teurer. Nicht direkt für bestehende Kunden, aber für die anderen ab nächstes Jahr schlägt das Ganze auf. Jetzt ist es aber auch so, dass bis zu 40 Prozent, also zwischen 0 und 40 Prozent, auch der normale Versand hochgeht. Heisst für euch Kunden bei Amazon, dass ihr ein bisschen mehr bezahlen müsst für eure Zusendungen, für die Produkte. Und das ist natürlich nicht ganz schön, muss man aber auch bedenken, wenn man der Statistik von Statisa vertrauen kann, macht Amazon jährlich 4,56 Milliarden Minus. Alleine durch die Versandkosten, die ihnen nicht berechnet werden, also die sie mehr bezahlen. Eigentlich schon heftig und somit eine logische Folgerung von Amazon. Okay, Google gibt es bald auch schon für Android Auto. Wer ein Android Car Produkt hat, sollte mal sich umschauen. Die APK ist schon mittlerweile zum Download erhältlich und auch über den Play Store gibt es das Ganze offiziell zum Download. Wer also bald mit seinem Auto mehr sprechen möchte, kann das. Apple hat ja schon seit vielen Jahren, genauer gesagt seit zehn Jahren, führen sie sogenannte Product Red Produkte. Damals begonnen, jetzt schweres Halbwissen war das glaube ich mit den iPods in Rot. Und da kamen über die Jahre immer mehr und mehr Produkte mit dazu. In diesem Jahr gibt es so viele Produkte wie noch nie. Und damit unterstützen sie aktiv die Aids-Hilfe. Und wer da mithelfen möchte und die Farbe Rot sowieso gefällt, sollte sich mal ein bisschen im Sortiment umgucken. Auf daily.geektalk.ca haben wir natürlich den Link direkt zu den Produkten bei Apple für euch. Auch bei Apple, und das ist noch ein kleiner Hinweis für alljenigen, die Kinder haben, Hour of Code ist eine Institution, sprich eine Möglichkeit, um Kindern das Code, das Codieren lernen, ein bisschen näher zu bringen. Sprich, statt Französisch, Italienisch und was auch immer lernen, oder nicht statt, sondern neben dem, auch eine Programmiersprache zu lernen, ist in der heutigen Zeit sowieso sehr gefragt und sehr sinnvoll. Hatten wir auch schon mehrfach im Geek Talk als im grossen Podcast. Und es ist wieder soweit. Ab zwischen dem 5. und 11. Dezember könnt ihr solche Kurse besuchen, oder besser gesagt, können eure Kinder solche Kurse besuchen, wie was wo, werden wir für euch verlinken. Auch im Apple Store in eurer Nähe ist da sicherlich mit was dabei. Und das Ganze vielleicht nur zu sagen, gibt es nicht nur bei Apple, sondern natürlich auch bei allen möglichen anderen Herstellern oder besser gesagt Vereinigungen. Schaut euch um, hourofcode.com war es, glaube ich. Ansonsten geht in die Shownotes, da habe ich das Ganze verlinkt. Auch hat Apple eine Stellungnahme abgegeben zu iCloud-Spam. Es gibt den einen oder anderen in meiner Filter-Bubble, der mich angefragt hat, weil er oder sie besser gesagt Spam bekommen hat in dem Kalender, sprich Einladungen, die sie nicht gewollt hatten, oder ja, eben Spam halt. Apple arbeitet da anscheinend unter Hochdruck dran. Auf dem Stadt Bremerhaven-Blog habe ich vor kurzem eine Anleitung entdeckt, wie man das Ganze umgehen kann, also nicht umgehen kann, sondern wie man sich dagegen wehren kann, bis Apple da dagegen reagiert hat. Geht da mal und besucht den Blog. Ja, das war es heute auch schon wieder mit den ganzen Themen. Und für mich war es die Woche, sprich die ersten beiden Tage. Ab Montag sind wir wieder mit dem täglichen Podcast-Format für euch da. Und da wird euch eine ganze Woche lang der Achim aus Deutschland begleiten. In diesem Sinne, ich sage mal für zwei Wochen Tschüss, die Woche drauf der Jan und dann komme ich dann wieder kurz vor Weihnachten. Besten Dank fürs Reinhören und vielen Dank für die ganzen Feedbacks und Rückmeldungen. Da freuen wir uns extrem drüber. Macht weiter so. Vielen Dank. Tschüss. Euch noch einen erfolgreichen Tag. Der Geek Talk Daily Podcast erscheint täglich von Montag bis Freitag. Anhören kannst du uns via iTunes, YouTube, Soundcloud oder alternativ via RSS-Feed auch über den Podcatcher deiner Wahl. So verpasst du auf jeden Fall keine Folge von uns. Alle Informationen dazu, wie du uns abonnieren kannst, findest du auf daily.geektalk.ch slash abonnieren. Sehr gerne darfst du uns natürlich auch über Social Media verfolgen. Dazu facebook.com slash geektalk, das über unseren Mutter-Podcast oder via Twitter at geektalkdaily. Hört mehr Geektalk.